Ein 3-2-Sieg gegen den FC Sion. Bei mir der Fäbul Osterberger. Fäbul, du hast vorhin tief durchgeschnutzt als neutraler Zuschauer. Es war spannend zum Zuschauen, aber für euch auch eine Nervensache? Ja, Nervensache, ein hartes Stück Arbeit nach sehr, sehr intensiven Wochen. Aber wir sind überglücklich, dass wir mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft, mit viel Kampfkraft das Spiel gewinnen können. Und wir wollten unbedingt wieder auf die Seigerstrasse zurückkommen und wie gesagt sehr, sehr froh und erleichtern auch. Während der Verletzungshack, das ist im Moment extrem nicht gut mit uns, wir sehen dahinter gibt der Vincent Sierra jetzt auch noch kaputt zu 8. Sie sind mittlerweile auf der verletzten Liste, wie hart trifft das, wenn dann einen gegen schwierige Gegner wie der FC Sion heute Moushauflug? Ja, es trifft einen natürlich. Ich glaube, wir haben letztens durchgegangen, die 8 Spiele verletzt sind alle eigentlich das Potential auch in der ersten Elf gestohlen. Bis auf die Innenverteidigung oder bis auf die Aussenverteidigung ist eine komplette Mannschaft weg und das ist extrem. Trotzdem glaube ich, wie wir sehen, wir haben eine unglaublich gute Mannschaft, wir haben Leute, die reinkommen, die sich zerreissen. Wir haben Leute, die vielleicht nicht so viel gespielt haben und dann wieder spielen und ihre Chance nutzen. Also wir sind eine intakte Mannschaft, wir sind eine sehr gute Mannschaft, eine homogene Mannschaft und das sind also Leistungen möglich. Wir haben vorhin gesagt, es gibt auch immer wieder Chancen für die jungen Spieler mal im 1 aufzulaufen oder zumindest schon mal Platz zu nehmen draussen. Ich glaube, solche Sachen sind auch genau wichtig, eben auch mit den englischen Wochen, sagen wir Europa League, solche Sachen, wo man diese Kräfte auch braucht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man heute wieder gesehen, dass es am Schluss wirklich so eine Sache von der Kraft oder der Mentalität gewesen war. Weil die Beine sind schwer gewesen, nach einem intensiven Spiel in Thun, letzte Woche der Spitzenkampf gegen Basel, davor Europa League, also schwere Wochen, die viel Kraft kostet. Aber wir haben genug Leute, wie gesagt, wir haben noch immer noch Leute auf der Bank, wir haben Jungen auf der Bank, die, wenn sie reinkommen, sich reinhauen. Und ich glaube, es ist schön für einen 18, 19-Jährigen mal zu schnuppern, mal so eine Ambience mitbekommen, ein Oberspiel mitzuerleben. Und ich glaube, die Jungs profitieren davon und wir profitieren genauso für die Jungen. Also du hast gesagt, deine Frau, die wartet schon. Darum lassen wir dich kumpen. Vielen Dank und herzliche Gratulation zu diesen drei Punkten. Danke schön. So, das war's für heute Abend. Wir haben natürlich noch die Highlights von heute Abend nach einer kleinen Unterbrechung. Bis gleich.